Musik 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 Ah, haha, ich riet. Kann ich in das Ding einsteigen? Ne, ne? Doch, klar, klettern. Und jetzt x. Musik 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 Zack Hehe, geil Wo bist du, lahme Ente? Ich bin hier, warte auf deinen Arsch Lahme Ente Oh, wenigstens bin ich nicht auf dem falschen Gebäude Oh Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Das sah schon besser aus. Oh Gott. Oh Gott. Wow. Oh Gott. 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 Nimm ich jetzt hin? Irgendwo noch da hinten. Ja, aber jetzt ist die da hinten. So. Goodie, aber sonst? Zum Operationsimpfungs... Aber so eine Garage oder so habe ich nicht, oder? Hauptoperation, okay. Home, sweet home. Ups, jetzt habe ich abgebrochen. Macht nichts. Alter, mein armes Auto. Kann ich das irgendwo gebarrieren lassen? Gibt es eine Werkstatt? Nein! Das ist mit Spezialeffekten. Das ist raucheffektig. So. Zack, ab dafür. Ja, ja, klar. Alles gut. Zwei Kilometer noch. Die haben doch ruckzuck runtergerattert hier. Bei zu hohen Geschwindigkeiten kann man den hier nicht mehr vernünftig steuern. Nö. Boah, das war knapp. Ich bin doch des Wahnsinns. Oh, das war ein Hydrant. Kann man die in Wirklichkeit... Ist vorne mein Kofferraum? Ach ja, hinten ist ja mein Motor, ne? Alter, was machen die denn alle hier? Die fahren ja wie die Kaputten. Psst, jetzt ist das bloß kein, was ich das gesagt habe. Ich würde sagen, so langsam ist er kaputt. Sieht ganz schön nach links. Würde ich mal so behaupten. Also, das nach links bin ich nicht. Ich bin nur das nach rechts. Was war das? Das hat mir Aua gemacht. Haha. Ah, mein Auto brennt! Mein Auto! Mein Auto! Pauz! Oh, da hat sogar einen oben. Soll ich mal warten, bis der Krankenwagen hier ist? Und den Clown? Da ist er. So, jetzt habe ich den Krankenwagen. Jetzt würde ich gerne noch die Sirene anmachen. Aber wie geht das? So. Tschut, tschut! Ich komme! Ach Gott, ach Gott. Alter, das fährt sich total merkwürdig. 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 Oh Gott, ich habe übersteuert. Das tut mir leid. Is das fährt sich total merkwürdig. Das fährt sich total merkwürdig. Oh Gott! Alter, wenn man zu schnell fährt, kann man gar nicht mehr kontrollieren. Das ist echt schlimm. Darum rede ich gerade so wenig, weil ich mich so scheiße aufs Fahren konzentrieren muss, damit ich hier halbwegs was geschissen kriege. Wuhu! Was ist da los? Mache ich später. Ich kann gerade nicht. Ich bin in der Mission. Das ist bloß eine Touristenfalle. Ohne Scheiß. Hört sich schmalzig an, klar. Mich um die kümmern, meine ich jetzt, ne? Den mal ein bisschen sein... Das ist schön, dass du einen Hund aus dem Tierheim hast. So, jetzt ist hier die Frage, wie komme ich da hoch? Gibt es hier wieder so einen Lift der Autonöne? Glaube nicht. Oder wer wie was sagt ihr dazu? Hallo, so, zack. Da oben muss ich hin. Wie komme ich da am besten hin? So einen Steiger gibt es hier bestimmt nicht. Ich bin kein Scheiß-Dinosaurier. Nein! Du gehst aus dem Weg. Hast du das kapiert, hä? Ich dreh dir in den Arsch! Schieß besser, sonst lasse ich dich das Ding fressen. Das geht nicht. Oh, meine Schusslinie! Ach, du Scheiße! Notruf. Worum handelt es sich? Moment! Ich bin ganz friedlich. Ja, komm hier. Nein, hab ich nicht vor. Aber wie komme ich da hoch? Jetzt habe ich hier wenigstens meinen Platz. Jetzt habe ich meinen Platz zum Entfalten. Aber wie komme ich da hoch? Das ist jetzt die Frage. Das mit dem Lift, der war ja relativ einfach. Aber hier jetzt... Was ist eigentlich der Punkt da auf der Karte? Da ist irgendwo ein Punkt. Nudel. Galilei. Ha, keine Ahnung. Da ist ein Punkt auf der Karte. Seht ihr den? Oben? Dieser runde Punkt. Ha! Ein Punkt ist rund. Seit wann das denn? Nein, es gibt auch Punkte für Zensuren und so. Ah, guck mal hier. Vielleicht hier rüber? Ne. Ah, da steht er doch. Guck, da ist er doch. He. X. So. Shoot, shoot, ich muss hier durch. Guck mal, da steht mein Auto. Ich wäre auch sonst auf die andere Seite gefahren, aber ich parke jetzt mal hier rückwärts ein. Dann übernehme ich das nächste Ding. Das geht aber, glaube ich, bloß hoch und runter, aber das macht ja nix. Man muss ja möglichst viele Sachen ausprobieren und seinen Horizont erweitern. Da machen wir das jetzt einfach mal. Zack. 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 Und hoch. Sehr schön. Escape. Hopp. Cool, cool It is so cool Pauz Und eh Und ich muss schon wieder husten Oh, krank, seine Scheiße So, ich würde sagen, wir machen die Mission noch zu Ende Und dann war's das auch für heute Yeah, 8000 Euro Follower Nö, ist nicht lebensmültig, da runter zu springen, ne? Tja, er hat mich provoziert Oh, ja, ich bin so aufgeregt, morgen bekomme ich mein Motorrad Darauf habe ich so lange gespart Und jetzt kann ich mit meinen Freunden auf Tour gehen, das wird fantastisch Mein kleiner Bruder kann hinten drauf mitfahren Das wird toll Kommt, ihr... na, egal Da ist das Ding jetzt zu meinem Auto Da Meine schickes Auto So, als erstes noch den nächsten Missionspunkt markieren Sonst fahr ich wieder sonst wie Alter, das Auto sieht aus Ich weiß gar nicht, was die alle haben Ich fahr doch super Ich muss erstmal gucken, wo mein Lift steht Hier irgendwo Was ist das? Okay Nächste Variante gefunden Er sitzt da ganz entspannt auf den Gabeln drauf Im Gabelstapler Ist das geil Juhu Fernsteuertechnik Juhu So, wo muss ich denn hin? Nach da Weiß ich auch nicht Nein, höher komme ich nicht Das ist doch absolut beknackt Oh, da komme ich doch höher Komm schon Keep clear Mal gucken, ob das passt So Escape Und den hier hoch Will das was? Kann ich da nicht hoch? Ich will da hoch Nein Mist Okay Dann brauche ich einen anderen Weg